Vielen Dank. Hier sind wir jetzt auf der Strategie-Seite und fangen zunächst einmal an mit der strategischen Analyse, die ich Ihnen am Wochenende erstellt und auch zur Verfügung gestellt habe. Denn da habe ich heute ein kleines Update gemacht. Das gucken wir uns erstmal ein bisschen genauer an. Also ich hatte ja bereits am Freitag und am Samstag gesagt, dass sich jetzt mal grundsätzlich nichts ändert an der Ausrichtung der Märkte. Und dass es sicherlich zu, ich sage mal, Rücksetzern kommen kann. Das haben wir ja auch gesehen. Aber wir hatten halt übers Wochenende eine sehr, sehr wichtige Unterstützungslinie bei 12.936 Punkten. Da hatte ich bereits am Samstag geschrieben, diese muss gehalten werden. Denn wie Sie sehen können, ist das die untere Kanalgrenze hier bei 12.936. Also das war der Chart vom vergangenen Samstag 14 Uhr. Wenn wir uns jetzt mal den gleichen Chart per heute anschauen, dann sehen wir, dass am Montag der DAX tief aufgemacht hat, runtergelaufen ist, exakt bei 12.948 Punkten. Also wie Sie sehen können, genau hier auf dieser blauen Unterstützungslinie, auf der unteren Trendkanallinie aufgesetzt hat und dann wieder nach oben gelaufen ist. Also diese Formation am Montag, das ist eine sehr positive Kerzenformation, ein Hammer. Und ja, also diese Aufwärtstrendlinie TSD1, die wir mittlerweile schon seit August haben, die ist bestätigt und auch verteidigt worden. Und heute ging es dann weiter. Wir haben also heute erneut eine positive Kerze entwickelt, ein sogenanntes Bullish Engulfing Pattern. Das ist eine positive Kerze, die der DAX heute produziert hat, obwohl wir in der Nacht diese militärischen Reaktionen von Iran bekommen haben. Also der Markt hat auch über Nacht jetzt ein bisschen tiefer eröffnet, ist dann aber über den gesamten Handelsverlauf heute aufwärts gelaufen im Schlepptau mit den US-amerikanischen Bürgern. So, also das mal zur strategischen Chart-technischen Situation, die für uns ja wichtig ist. Wir gehen jetzt hier wieder zurück auf die Anlagestrategie-Seite DAX Builder Long Term und gucken uns jetzt einmal den Strategie-Tracker an, der Sie ja über die aktuellen Wegpunkte auf dem Laufenden hält. Also hier haben wir den Strategie-Chart. Der letzte relevante Eintrag ist vom 10.12. vergangenen Jahres. Da haben wir ein relevantes Tief markiert. Das war also Mitte Dezember. Da sind wir runtergelaufen bis 12.887 Punkte. Und anschließend dann haben wir uns wieder auf den Weg nach oben gemacht, haben hier ein neues Hoch bei 13.400 Zählern gemacht. Und ja, jetzt kam es hier zuletzt, wie gesagt, zu diesem Rücksetzer. Aber dieses Tief bei 12.887 Punkten, das ist jetzt auch in den vergangenen Tagen nicht unterschritten worden. Das heißt, das hat gehalten. Das ist sehr, sehr positiv. Denn oberhalb von 12.887 Punkten kann der Markt weiter nach oben laufen. Und wir sind ja in der Strategie zu 100% investiert und haben auch noch keine Änderung in der monatlichen Veranlagung. Das heißt, bis Dezember ist jeden Monat zu 100% gekauft worden. Ob wir jetzt im Januar ebenfalls wieder für 100% des monatlichen Betrages ETF-Anteile kaufen, muss mal abgewartet werden. Da komme ich also gleich dazu. Denn wie Sie ebenfalls hier in diesem Chart sehen können, haben wir eine 1, 2, 3, 4, 5-teilige Bewegung seit August vergangenen Jahres. Und Sie wissen ja aus der Wellentechnik, dass eine 5er-Aufwärtssequenz dann auch irgendwann korrigiert wird. Und das ist ja die Erwartung, die wir jetzt für den Januar bzw. für das erste Quartal auch haben. Also wir müssen mal gucken, ob wir weiterhin deutliches Aufwärtspotenzial sehen bzw. erwarten dürfen. Oder ob wir ein bisschen auf die Bremse treten müssen, denn das ist ja auch charakteristisch für die Strategie und generell für die Anlageempfehlungen auf InvestorGuard. Dass wir also auch entsprechend vorsichtig sind, wenn der Markt anzeigt, es könnte jetzt hier einmal zu einer Korrektur kommen, die dann auch ein bisschen stärker ausfällt. Also da rede ich nicht von 2, 3 Prozent, also mal 400, 500 Punkte runter, sondern da sprechen wir dann schon mal über 1000 oder 1200 Punkte. Also das ist die Aufgabe, die wir jetzt in den nächsten Tagen einmal haben. Also das mal zur aktuellen Situation der Strategie. Wir sind schön hochgelaufen seit August vergangenen Jahres, haben auch bis Dezember jeden Monat 100 Prozent unserer monatlichen Mittel in den Markt investiert. Jetzt kommen wir, wie gesagt, preislich und auch von der zeitlichen Komponente her in ein Umfeld, wo wir darüber nachdenken müssen, die Investitionen gegebenenfalls zurückzufahren oder gegebenenfalls auch mal einen Teil unserer Anteile vorübergehend zu verkaufen. Das werden wir uns dann gleich auch noch ein bisschen genauer anschauen. So, wir haben uns auch noch mal den Kommentar vom vergangenen Freitag, wo ich ja schon brandaktuell auf die Situation USA-Iran eingegangen bin. Hatte auch da schon gesagt, erst mal abwarten. Politische Börsen sind immer relativ kurzlebig und so ist es ja auch gewesen am Markt. So, Entschuldigung, geht jetzt direkt weiter. Also hier haben wir den DBX-Tracker im Tageschart und sehen hier halt analog zum DAX die Entwicklung seit August. Wir hatten hier einen starken Anstieg, Welle 1, Welle 2, Welle 3, dann bis zum 19.11., also bis zum 19.11., dann gab es hier wieder einen Rücksetzer bis zum 10.12. Das hatte ich Ihnen ja vorhin gezeigt im DAX, ja und seitdem wieder aufwärts. Und die große Frage, die sich nun stellt, ist die folgende und zwar, zeichne ich kurz für Sie ein. Wir haben hier Welle 1, Welle 2, Welle 3, Welle 4, Welle 5. Diese Welle 5, die kann hier bereits beendet sein. Die kann also Mitte Dezember beendet worden sein. Denn für die Welle 5 musste der DAX halt über dieses Top hier einsteigen, über das Top von Mitte November. Das hat er hier getan im Dezember. Das heißt, er muss hier dringend stabil bleiben, um sich weiteres Aufwärtspotenzial auch zu erhalten. Also dafür ist zunächst einmal dieses Tief hier ganz wichtig. Das Tief vom 10.12., das muss verteidigt werden, analog dazu die Marke im DAX, 12.887 Punkte. Solange diese Marke hält, 12.887, können wir davon ausgehen, dass der Markt im Rahmen dieser Welle 5 noch ein bisschen weiter hoch schiebt. Vielleicht bis hier, bis 131,8 Euro pro Anteil oder vielleicht bis 133,6. Das Ganze sollte sich allerdings relativ schnell ereignen. Also es kann sein, dass wir in der kommenden Woche bereits relativ hohe Kurse haben und auch ein neues Allzeithoch im Deutschen Aktienindex DAX. Und dann wäre formal nach der Wellenanalyse eine 1, 2, 3, 4, 5er Struktur dann auch erst mal abgeschlossen. Und ich kann Ihnen das jetzt hier auch noch mal kurz im DAX zeigen, also in der Hauptanalyse vom DAX. Das ist also die entsprechende Analyse. Wir haben hier den August, Welle 1, Welle 2, Welle 3, Welle 4 und wie gesagt, diese Welle 5 von 3, die kann sich durchaus noch ein bisschen weiter nach oben entwickeln. Da sprechen wir also über 13.700 Punkte oder über hier dieses Niveau 13.800 Punkte. Der DAX könnte sogar auch bis auf 14.200 Punkte gehen im Rahmen der aktuellen Aufwärtsbewegung. Aber wie gesagt, dafür muss er stabil bleiben und darf nicht unter dieses Tief hier abrutschen. Also nicht unter die 12.887, denn dann müssten wir gegebenenfalls für die nächsten Wochen ein bisschen deutlicher umplanen. Heißt dann auch, wenn diese fünfteilige Sequenz beendet ist, erwarten wir eine Korrektur. Die sieht dann so aus. Sagen wir mal, der DAX schafft es tatsächlich ein neues Allzeithoch zu machen und er steigt bis 13.700 Punkte an. Dann wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein dreiteiliger Rücksetzer kommen. Und Sie sehen von der Ausprägung her, das kann dann durchaus mal 1.000 bis 1.500 Punkte in einer dreiteiligen Bewegung ausmachen. Und das sind immerhin 10%. Und wenn der DAX 10% fällt, dann fallen natürlich auch unsere Exchange Traded Fund Anteile. Und vor dem Hintergrund sind also die nächsten Tage schon sehr, sehr wichtig, weil wir, das können wir uns jetzt auch nochmal anschauen, natürlich auf Wochenbasis, also auf einem etwas längeren Zeithorizont, einen sehr, sehr schönen Schub gesehen haben. Also wir standen ja hier per Ende 2018 bei 10.300 Punkten. Das heißt, wir sind jetzt exakt 3.000 Punkte höher. Das sind round about 30%. Und demzufolge haben sich natürlich auch die Anteile in unserer Strategie entsprechend aufwärts entwickelt. Und irgendwann kommt es dann einmal zu einem Rücksetzer. Also Sie sehen, dass hier diese Welle 3, die kann durchaus noch ein bisschen laufen, die kann bis 14.207 laufen, die kann hier schon beendet sein bei 13.426, die kann bis 13.643 laufen. Also irgendwo in diesem Areal, hier innerhalb dieser orangefarbenen Box, die ich für Sie markiert habe, erwarte ich ein Top. Das kann im Januar sein, aber irgendwo im ersten Quartal erwarte ich hier ein Top und dann noch einen etwas stärkeren Rücksetzer. Also da müssen wir schon ein bisschen flexibel sein und auch überlegen, ob wir nicht nur mit der Investitionsquote einfach mal auf Null fahren, sondern ob wir auch Anteile einmal verkaufen und sagen, wir wissen nicht. Es kann also auch zu einem stärkeren Rücksetzer kommen, es kann also auch durchaus mal 2000 Punkte rückwärts gehen und das sind dann schon 15, 20 Prozent, über die wir da sprechen. Und ja, also wir gucken mal. Denn für den Moment aus Sicht der Wellen ist das Potenzial kurzfristig gegebenenfalls dann auch etwas limitiert. Also insbesondere, weil wir hier seit August eine sehr, sehr schöne Rallye gesehen haben. Das ist ja die Bewegung, die wir hier seit August gehabt haben und da waren wir auch bei 11.266 Punkten. Das heißt, der Markt, der ist jetzt ebenfalls seit August über 2000 Punkte aufwärts gelaufen und kann von daher hier diese Korrektur dann entsprechend mal absolvieren. Also das mal zur aktuellen Situation, die wir am Markt haben. Gibt es dazu irgendwelche Fragen von Ihrer Seite? Also irgendwelche Fragen zum DAX, wo steht der im Augenblick? Ist das alles verständlich, was ich Ihnen hier aufgezeigt habe? Wenn alles okay ist, vielleicht ein kurzes Handzeichen. Ansonsten können Sie gerne Fragen jetzt einmal einreichen. Okay, sieht jetzt nicht danach aus. Ihr Nicken zeigt mir, dass alles soweit verständlich ist. Ich berichte ja auch mehrmals in der Woche über die aktuellen Entwicklungen im Chart und stelle für Sie auch die Audio-Kommentare zur Verfügung. Ja, also wenn es von Ihrer Seite da keine Fragen mehr gibt, dann vielleicht noch mal ganz kurz hier der Blick abschließend auf den Chart des DBX-Tracker. Einfach, dass Sie die Marken da parat haben. Also das hier ist eine wichtige Marke, 124,9. Das ist das Tief vom letzten Montag. Und hier haben wir bei 124,4 haben wir das Tief aus dem Dezember. Also ich kann mir vorstellen, dass es in den nächsten Tagen eine Order gibt, die ein bisschen zurückhaltender dann ist und die auch den Vorsichtskarakter betont. Also es kann durchaus sein, dass wir mal ein Viertel bis ein Drittel, vielleicht auch mehr, müssen wir halt mal schauen, wie sich der Markt entwickelt. Aber ein Viertel bis ein Drittel der Gesamtanteile können durchaus in den nächsten Tagen mit einer Verkaufsorder versehen werden. Also momentan ist der Status Close Watch. Wir haben also nicht eine Phase, wo wir, ich sag mal, alle paar Tage mal reingucken können, weil der Markt in einer starken Schubphase ist, wie das zum Beispiel hier im Oktober der Fall gewesen ist. Sie sehen das ja hier seit November geht das hier deutlicher hin und her. Also hier finden schon Positionskämpfe statt. Deswegen ist der Status momentan Close Watch. Also meine Empfehlung, jeden Tag Minimum einmal reinschauen hier auf InvestorGuard. Ansonsten, wenn Orders anstehen, bekommen Sie sowieso E-Mail oder in der Live-Kommunikation die entsprechende Nachricht dazu. Gut, dann bedanke ich mich für Ihr Interesse. Weitere Fragen sehe ich jetzt keine. Sie können natürlich die normalen Kanäle im Nachgang benutzen. Wir werden das Webinar hier auch noch einmal nachproduzieren und nachbereiten für Sie. Das steht dann auch ab morgen auf der Webseite InvestorGuard.com zur Verfügung in Ihrem Kundenbereich, sodass Sie sich die einzelnen Sachen nochmal anschauen können. Und ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Es war informativ und Sie haben alle Informationen zur Strategie und zu Ihrer DAX-Bilder Long-Term Vermögensbildungsstrategie bekommen. Wie gesagt, am Wochenende gibt es dann die nächste strategische charttechnische Analyse zum DAX und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank und noch einen schönen Abend.